Dann gehts wohl jetzt zur nächsten Station. Märchenwald. Ich geh zum Märchenwald. Dann haben wir das hinter uns. Erstmal gucken, ob es eine Nebenmissionen gibt, weil es gibt ja noch eine da. Freut mich, ob es noch kommt hier. Oh, das ist schön, wir können einfach straight da hin. Märchenwald mag ich überhaupt nicht. Zu viel Text. Diesmal muss ich nicht lesen. Das ist das schöne. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Erstmal. Das ist schön. Es war so schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Ich weiß es nicht, weil ich es... Ach, jetzt stimmt grün. Ach, bödes Rätsel hier. Oh, fuck, man. Ich warte darauf, dass etwas Neues passiert. Ich kann auch als Aufnahme skippen. Wenn wirklich nichts Neues passiert, skippe ich das Ganze. Als Aufnahme oder so. Mal schauen. 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 Was da passiert, auf jeden Fall nichts Interessantes. Was da passiert, auf jeden Fall nichts Interessantes? Ah, hier! Ach das ist der Schatten und wir wissen ja jetzt, dass die Schatten Menschen eigentlich sind. Jetzt tun mir alle Schatten, die nicht angegriffen haben, mir leid. Wir sind wahre Monster. Die Schatten. Wer ist, du? Die Schatten. Die Schatten. Sie sind in den Schatten. Sie sind aus den Augen. Sie sind aus dem Wasser. Ich kann den Bosskampf nicht mehr machen, es tut mir leid. Oh, der ist aber ganz genau. Ich kann den Bosskampf nicht mehr machen. 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 Das ist aber ein großes Pipi. Und noch gar nicht so rosa. Jetzt lasse ich den kleinen Jungen noch mehr. Ich kann den Bosskampf nicht mehr machen. 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 Ich will schonme Ahn! Ich kann den Bosskampf nicht mehr sagen. Ich weiß, der teilt dafür, wenn schaut, die Chip Lascia im Hallo geht. Das war's für heute. Die haben sogar Mitleid. Die finden das schlimm, dass er gestorben ist. Jetzt hasse ich den Jungen nur noch mehr. Ich will nicht diesen kleinen Schatten töten. Und ich will den kleinen Jungen töten. Boah. Robot-Toyama, oder? Ich will nicht mit dir reden. Verpiss dich. Na, wenn ich... Na, ich habe mich nicht in die Möge ausgeführt. Ich bin das zu viel, die ich in die Möge ausfragen habe. Ich bin das zu verständig. Ach, ich bin das zu verständig. Du bist das zu verständig. Na, na... Danke. Das Material sammle ich noch. Mann. Wir sind wahre Monster. Jetzt habe ich voll Mitleid. Mit allen Schatten. Und wir töten sie einfach. Das sind ja halt Menschen. Das ist ein w敦 Rad. Und so. Das war's. Das war's. Ich hab die Werbung. Das ist das. Die Erklärung bin ich aber noch. Das ist die Erklärung. Wenn man hier Angst hat, entdeck dir das. Das ist mir gesagt, wir sagen, die Erwartung war einer Bärm capacitor. Ich nehme nur jetzt die großen Ringer mit, ich weiß ja wie ich laufen muss jetzt dafür. Ich lasse auch die ganzen Kisten hier in Ruhr. Was wohl die Roboter zu uns sagen? Das war mir fast nur ein Wiener. 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 Ich habe zwei Schläge mittlerweile. Dann kann ich ja jetzt wieder zurück. Mehr brauche ich ja nicht. Das war mir fast nur ein Wiener. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das ist ein guter Produkt. Hula Wenn wir den Genre halten würden würde ich es auch nicht. Ich will den Roboter und seinen kleinen Freund nicht töten. Nee. So speichere ich. Okay. 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 Okay.